Im Witzen steckt eine große Weisheit vor. Wirklich. Es gibt einen alten Witz über einen Preisboxer, der im Ring steht. Der wird halb totgeschlagen, lässt sie den Verstand rausprügeln. Und seine Mutter ist unter den Zuschauern und sie muss mit ansehen, wie er blutend im Ring steht. Neben mir sitzt ein Priester und sie sagt, Pater, Pater, beten Sie für ihn, beten Sie für ihn. Und der Priester sagt, ich werde für ihn beten, aber es wäre hilfreich, wenn er mal treffen würde. Es steckt mehr Einsicht in diesem Witz, in das, weißt du, in das, was ich das göttliche Naven schon nenne, als in den meisten Büchern über Philosophie. Frauen. Camus hat gesagt, dass Frauen das Einzige auf der Erde sein werden, was wir vom Paradies kennenlernen und was dich angeht, Fogg. Da kenne ich einen typischen Witz, den, den Henni Youngman gern erzählt hat. Der genial ist, finde ich, und der genau zu dir passt. Also, er geht so. Einer kommt zu einem Arzt ins Sprechzimmer, er sagt, Doc, Doc, es tut furchtbar weh, wenn ich so mache. Und der Arzt sagt, dann lassen Sie es. Denk drüber nach. Das ist David Dobell, ich bin Jerry Fogg. Wir haben viele Nachmittage mit Spaziergängen und Diskussionen verbracht. Wusste ich, wie verrückt er war, als ich ihn das erste Mal traf? Wir trafen uns im Büro von einem Agenten für sogenannte intellektuelle Komiker. Wir waren beide unerfahrene Comedy-Autoren, die dachten, mit Nummern für Komiker in Nachtclubs ins Geschäft kommen zu können. Doch der Unterschied war, ich war 21 und er war 60. Er möchte Wahrheiten haben, nicht nur Witze, Wahrheiten, verstehen Sie? Und was das Honorar angeht, können wir uns diese verrückten Preise nicht leisten. Lassen Sie mich dazu nur eins sagen, wenn ich darf. Nun, ich spreche hier nicht für David Dobell, weil ich ihn nicht unter Vertrag habe. Denn wissen Sie, Jerry und ich haben ihn eben erst kennengelernt, aber ich betreue Jerry Fogg, seit er angefangen hat. Und mit Jerry Fogg kriegen Sie Top-Qualitätsware für Ihr Geld. Sie kaufen sich einen Anzug, Sie kriegen denselben Anzug aus einem billigen Stoff oder Sie bekommen ihn viel teurer. Jerry liefert Ihnen einen Anzug sehr preiswert. Einen Qualitäts-Qualitätsstoff zu bezahlbaren Preisen. Ist das Gabbardin? Wer ist dieser Meterware-Vertreter, der dich beträumt? Harvey? Frag lieber nicht, mein Kreuz auf dieser Welt. Ich würde ihn gerne abschießen, aber ich kann nicht, ich bin sein einziger Gier. Du bezahlst diesem kleinen Troll 10% deiner Honorare? 20. Eigentlich 25. Das ist eine lange Geschichte. Er war damals für mich da, als ich, als meine Ehe in die Brüche ging. Eine was? Sag nichts. Du bist einer von den jungen Kerlen, die zu früh geheiratet haben. Du hielst das für ziemlich aufregend. Und dann erwies sie sich als Hebitudinös. Und du, du, du hast sie verlassen. Habe ich recht? Nein, 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 ganz und gar nicht. Sie, sie hat mich verlassen. Ich kann niemanden verlassen. Ist mein Hauptproblem bei der Analyse. Ich habe Angst, allein zu schlafen. Hebitudinös. Was? Du gehst schon zum Psychiater? Ich, ich nehme das wirklich sehr ernst. Eigentlich habe ich sogar einige Fernsehangebote in Los Angeles sausen lassen, weil mein Seelenklempner meinte, dass wir noch nicht so weit sind. Du ziehst die Psychoanalyse dem richtigen Leben vor? Bist du, bist du etwa lernbehindert?